ja 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 nicht nur auf Herrschaft mit der Korte Terminell, sondern auch mit Stars, Chipsies, Hatzels, Opades, Bahamuts und Special Guests O-C O-N-D Grüßet euch, Leute Jo, dann haut ordentlich rein und lasst uns mal hier die Herrschaft Herrschaft nicht beenden Herrschaft, ich will es gerade sagen Wir sind wieder am Schlüssel Ich bin übrigens bei B Leute Tolltsch Ok Ok Und dann bei O irgendwie mal eine Platzierung Ähm, ja, keine Ahnung, Opatik hast du gang oder so Hallo? Auch mit Blasai Granatu Oh Irgendeiner bei B, weil wenn ich nicht, dann geh ich da hin Ach schwe Ach schwe Ja, müssen dann die CZUZ Folge Nummer 49 sein Liebe Freunde Und, äh Ja, wir sind eh, wir sind eine Folge, äh, vor der, äh Vor einem wirklichen großen Special Oh nein Bei, äh, Klaren Socken und Zerfingen Weil, wie gesagt, Staffel 1 Folge 50 ist schon, äh, ein bisschen mit Ein, äh, bisschen mit, äh, der Würdigung wert, würde ich sagen Und, äh, ihr sollt einfach mal entscheiden Ihr, genau, ich mein, euch da draußen Ihr sollt einfach mal entscheiden, was man als Wäsche machen soll Entscheid das einfach Klatsch mal in, äh, klatsch mal in die Kommentare Übrigens hinten, wo ich überlieg, ist auf jeden Fall eh noch ein Thema gelegt, ich bin neigelauscht Ähm, könnt ihr mal mit hinten drüber achten Und, äh Und, äh Da ist ein, ah, scheiße Macht jemand was bei B oder wie ein Ja, sorry, ich bin ein Rattestorfen, deswegen Es ist, es ist, es ist, es geht mal A Wir gehen A, wir gehen A, ich bin, ich, äh, ich bin auch bei A Achtung Achtung, wir wollen gegen alles Ja, und ihr sollt einfach entscheiden, was wir hier, ähm Bei, äh, Klaren Socken und Zerfingen Und, äh, CDNUZ hier machen sollen Ihr entscheidet, haut's in, äh, haut's einfach nur mal in die Kommentare Und, äh Je nachdem, er muss dann einrichten Und es soll auf jeden Fall eine Special Folge werden, 4 Folge 50 In dem Rahmen von Einer Stunde Und daher Lass euch was einfallen Und ich bin gespannt, oder Sag ich mal, Stars, wie sie ihres Wir, wir sind gespannt, oder? Juhu Juhu Bei A kommen alle raus, bei A kommen alle raus Ich bin nicht bei C, ich bin bei A Kann gleich mal auf mich holen Das ist einfach meine Vorräte Bei A kommen die jetzt ja alle Ja, lass doch A Danke Was? Ähm, mit die Degeln Ich stelle ein Geschütz, die ich sehe Geschütz unterwegs Ich mach mal mein Geschütz Jo, hau's in Richtung A würd ich sagen Um die einfach mal aufzuhalten, oder so Ich mein, es steht bei C Opa, da, ja genau Kann ich grad sagen, okay Bäh Bäh Ich dachte, ich muss euch Bühne die Degeln Und so Clemo passiert bei C in der Nähe Jetzt noch Warte, warte Ich hab die Leute mal aus dem Flugzeug rausgeholt Vorsicht Hab ich hinten, hinten hab ich bei A Nei Es war noch einer Oh Oh Hinten sein Arm an dem Scheiße Häckig sind sie Leider nicht erwischt Leider nicht erwischt Achtung, da ist was bei B Der kommt runter Geht zu einem Weg Unten bei B ist irgendwo noch einer Verbündete Presenter Drohne im Andruck Verbündeter Luftschlag auf dem Weg Verbündeter Payflow kommt Jawohl Kommt ihr zurecht Leute Da ist ja Sehr gut Tripsi Geh mal ganz kurz ein Stück bei der Seite Weil ich hab hier auf dem Gang Danke dir Danke dir Danke dir Und wegen, weil ich hier grad äh Ding Scheiße Sie sind zwei Leute Hab ich hab ich hab ich Hab ich Leute Hab ich Hab ich Kein Problem Kein Problem Und wieder B Und wieder B Scheiße Oben äh bei C Sind auf jeden Fall Eno 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 2 Jaaa Ich muss das auf B regeln Konto Konter Drohne in der Luft Die sind blind Wir haben B verloren Alter mach mal an Fuck Äh Bin ich richtigzeitig hingekommen Ja ist schon klar Ja ist schon klar Ich muss das Ding mal raushauen Das hilft mich sonst Los geht's Gant Ja warte ich Ja warte ich Mein Takt ist gestern Komm 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 Gut ok safe Danke dir Gant Gott weil mir kam grad richtig komisches Geräusch Ich weiß nicht woher das kam Vorrede sind unterwegs Immer vorreden Schleg'n Clemo im Flutzeug Richtung B Oh da hockt da Guck du nicht selber ne äh Brauch ich ohne Brülle oder was Kann ich mal ne bestellen no Na 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 Keine Ola D D Geht er nachher Geht er nachher Oh ich sei nachher Für mich Achtung ist hier kommt jemand 2 oder 3 B bin ich grad Ne C C Achso C Ich werf ihn kurz vorreden zu B erstmal Ok Scheiße Auf jeden Fall kommt so C Haufen Der B kommt auf was Kommt so weit zurück rein Hier kommt das Mann in der Reine Verwissete Harrier kommt Verwissete Harrier kommt Verwissete Harrier kommt Shotgun im Flugzeug Scheiße Flugzeug Ja ja Ich komm nur nicht rein Boah Kanate Aber was Ja Hab einen Das ist nicht mehr Ist einer im Cockpit Passt auf Ey wär auch woher getroffen Ey Es ist ja nicht die Schöpfung Ich hab die ganze Zeit mit Ähm mit Schöpfung Flugzeug Geh mein Geschütze hin auf Vorrede Yo Mensch das überhaupt geschafft Ach Alter Boah Boah Jetzt campen die alle bei A oder was Ne ne Im Flugzeug campen wir auch zwei Wir haben es sagen wir schon gewonnen So Leute äh Das müsste für euch äh geilen Schnittchen auf jeden Fall heißen Äh Eine Folge kommt hinten ran Und ich weiß ganz genau wer davon auf jeden Fall Auch richtig begeistert ist und treu ist es Gypsy Huttes und Obates und Gant sowieso als Special Gags Und ich hab jetzt mal rausgeführt Und ich hab jetzt mal rausgeführt Dun 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 Hast dir nun wenigstens mitgenommen Ich höre Ich höre Scheiße da bist du auch gelandet B iso Achtung! Feindliche Aufwärmungsdrohne gedient! Wir haben Bravo verloren! Ist egal, kriegt man trotzdem noch. Solange wir eine Flagge haben, haben wir das. So, ganz geil, komm mal. Wie gesagt, ähm, ich spüren einfach mal was ab und hängen und nicht voll dran. Oder, Leute, was habt ihr? Na klar. Auf jeden Fall. Kaktikeinstieg zerstört, ich weiß, der lag in der Bibliothek in der Mitte. Jaaaa! Zack, 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 zack! Verkackt! Ha! Hatte, dass ihr meinen letzten Dingens nie gezeigt habt, Mann! Dein Drillis geht bestimmt eher raus, da tue ich noch mal her. Jetzt, rein, glaube ich. Fakes. Genau. Hoffen wir einfach mal, dass es ordentlich bleibt. Ja, Freunde, ihr habt's gesehen, so schnell kann's gehen. Aber auch, habt ihr in den letzten Filmen von 10 Minuten gesehen, so schnell kann's auch vorbeigehen. Wir haben so schon mal erlebt, dass es wirklich, äh, wirklich 10, 10 Klirchen war und wir trotzdem verloren haben. Und so schnell kann's aber auch uns gehen. Aber wir sind hier, um positiv zu denken und Fleisch ins Bett daraus zu machen. Mal sehen. Ja. Ich hab's mal. Ja, ich hab's mal. Und ich hab's mal. Ich hab's mal. Ich hab's mal. Ich hab's mal ein Stückchen, wo wieder die Level Up... Mucke ertönt und ich mich natürlich freue euch äh Level 2 im Viertelstamm präsentieren zu können, obwohl wir das äh... Ich bin dann Level 60 Ja das ist auch geil Obwohl ihr dann sowieso schon gesehen habt Level 2 im Viertelstamm, ja bla 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 aber ich bin wie gesagt immer äh... Guter Dinge Bin jetzt... Uh, ich bin gegen euch Oh Ja, der knammert dich extra um Ja, ist richtig, ich sag ruhig wo ich bin Damit... Saug die Punkte aus, jemals Machen wir ihn fertig So, 3, 2, 1 Skid Row, Freunde, und ab geht der Peter Ich geh zu C In Richtung B Charlie wird gesichert So, es kommt noch keiner zu B Charlie wird gesichert Ah, ein Doppelzüge Oh, du flasht an Oh, bei B sind im Haufen, weißt du, ey Ja Ich hab grad ne... Neue Tube ins Gesicht bekommen BITTE Das hätte ich grad alle geholt Der Feind hat Bravo Bravo, Messer Ach, Naves Ich hab ihm auch direkt eins gedrückt Oh, Gott Was? Du hast mich auch mit der... Claymore, die du hingelegt hast Hast mich nicht gefiltert Wollte ich brüch mal mit der Sache B wird gesichert Ach, die O-F Kommt einer mit auf B drauf Wirklich Was? Ja,'s gotta ich Gott, gut Gott, bei... Ah... Ah, Gehsichert Manni... Ich bin genau so, wie sie gespronten gewesen Oh, Gott Zwolle Zwei Granaten und zwei Flasche Ach, auslöch Du heiliger In der Pläne-Salle Oh Hast du hier noch gekriegt, ne? Ist jetzt schon bei mir Tyrion, Mensch Ja, hab ich schon Ne, das ist jetzt schon Hass Also, das ist jetzt schon Leaks, deine Eier Dann ist doch gar nicht Ostern, Mensch Noch lange, ne? Warte, mach doch oder was? Was ist denn los? Toll Der B ist doch gar nicht Der ist nur durchgelaufen Der ist nicht, die wurde da Geh mal Vorreiter holen, hä? Ja Mach mal, ich hol auch meine Denn was drinne ist Vielleicht kann sie ja jemanden brauchen von euch Ich hab sie auch einfach Irgendwo hingeworfen Oh, Drohne, oh was Ich brauch ja noch Ich hab bloß mit der Ecke Oh, Harry hat das Ich hab bloß mit der Ecke Oh, Harry hat das Für den jemanden schuld Scheiße! Ich hab nur noch die Verbündete Presenter-Drohne im Anschluss Danke Geht was zum C Ja, das bin ich Danke Verbündete Heinz kommt Ja, fast gar nicht mehr Oh Gott Wieso Momente, wenn man einfach ne Ecke Aufstehen, Drohne, all right Scheiße Was war das denn für ein Scheiß Ist doch nicht Oh, Scheiße Oh, Scheiße Der Räuchte Uuuuue Ich bin rot Uuuuue Ihhh Uuuuuuue Ich hab die Ich hab's nicht behout Was hab's doch nicht behout Weil du bist jetzt schon nie getroffen Was hab's doch nicht behout Oh, eh Gypsy wird Du eeas Beeeeas Was redest Hier sind die Ich so ein Kommt was von den draussen! Harrier, wohin soll er? Schade! Fick dich, Alba, meine Presse! Fuck! Ey! Geil, hört der den einfach direkt! Wo sind wir denn hier? Ja, das war's, Alba. Ich mach dich, Alba! Wir sind jetzt auch direkt wieder weg. Verbündeter Luftschlag auf dem Weg! Henry hat ihn getroffen, Luftschlag kommt in den! Ja, Luftschlag hat ihn getroffen! Zwei getroffen! Alter, fick doch die Henne! Läuft wie Sau hier, Alba! Halt! Alter, die wollen nichts mehr so was zu tun! Jetzt die ganze Zeit so geil an, hab ich das Gefühl! Halt! 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 Buuuun! Halt! 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 Hat ein? so ein maul das ist keine maschinenpistole alter so fick dich alter so richtig das ist ein sturmgewehr 3 von deinem scheissscherken hab ich getildet der wahl ist heute raffau oh nee ich hab doch schon meine find ich ey diese hessische henne naja nö wo ist denn der hin oder grad n gegen ich hock dort hinten weil ich behindert bin und wenn man weiter ist so zack alter weg mach dich auch mal wirklich schulde weil ich einfach zu schnell bin ich bin doch ganz fixer ja oh 10.000 punkte alter fingernfertigkeit pro 6 einen heli den keiner braucht ja oh wie sie alle geilen ich verstopf mal hier mit luftraum oh mach mach ich hab den grad starten gesehen der heli angeschleicht oh übel ist geil wie der ist mit meiner kanale weggeflogen der heli macht nie nen kill auch wenn der opa in dem gegner team ist wird der natürlich direkt vor welcher geholt auch schön auch schön go ich bin da wer hat den denn denn der gelag hallo pate wir verlieren charlie ja mir wurde der kill geklaut ja mir wurde der kill geklaut ja mir wurde der kill geklaut Konterdrohnen in der Luft! Die sind blind! Ich bin rot, ich bin rot, ich bin rot, ich bin rot WTF, Alter? Ah, wird gesichert! Ich stehe hier! Der Bündete Harry Alkopf! Fick dich! Gewonnen, Alter! Lalalalalalalala! Lalalalalala! Lalalalalala! Ja! 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 So, ich bedanke mich recht herzlich, für mich zu zusehen, äh, und dass ihr eingeschaltet habt, lasst den Daumen und Kommentar, aber es wird euch ein frohes Abend mit Kämmer und Korn und einem One-Inch-Punch da, weil es mein neuer Titel ist! Haut rein! BAMUT1203 Tschüss! 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 Tschüss!